Wir sind auf Seite 213, Tag 3, Recording, Mami goes Millionär. Und, hast du was gelernt, Matthias? Ja, ganz viel schon. Ich bin geflasht von dem Schwall an Wissen, der hier auf mich einströmt. Freut mich. In der Tat hatte ich in meiner privilegierten Lage, von einer Sachbuchautorin persönlich wertvolles Wissen vorgelesen zu bekommen, nicht nur einen Aha-Effekt. Es heißt zwar immer, der Mensch sei nicht multitaskingfähig, besonders nicht der Mann und ganz besonders nicht der alte weiße Mann, dennoch gelang es mir zwischen Sprachcoaching, Text- und Aufnahmekontrolle, noch die ein oder andere Idee aufzuschnappen, wie ich selbst nach dieser Produktion als Investor durchstarten kann. Und dann heißt es, Papi goes Millionär.